Freunde und willkommen zurück bei GTA 4 The Ballad of Gay Tony, eine Erweiterung für GTA 4. Und bevor wir jetzt hier die nächste Mission starten, gibt es ein kleines Vorwort, mal wieder. Und zwar, ich habe in der Zwischenzeit seit Part 10 sind mindestens, glaube ich, 1-2 Monate vergangen, wenn ich mich richtig erinnere. Und da habe ich mir in der Zwischenzeit eine neue SSD zugelegt, habe das Betriebssystem neu aufgesetzt und ich trottel, habe vergessen von meiner alten Platte den Spielstand zu übernehmen. Deswegen habe ich in der Zwischenzeit mal ein bisschen weiter gespielt, off-cam, um wieder ungefähr auf demselben Stand zu sein, wie wir es schon damals waren, bei Part 10. Und falls wir jetzt trotzdem noch eine Mission spielen sollten, die wir schon hatten, bitte ich euch um Entschuldigung. Aber ich hoffe, ihr habt vorher viel Spaß und ich bin jetzt erst mal wieder still. Willi man einen Mann, die ich erzähle, kلم ich es dir? Ich will auch damit, man. Ich will hier eine gute Zeit, ich will einen catchwerfen, ich will gewinnen und ich will eine Pcre Realität, ich will eine Kinder, spielen und ich will an, und du sagst mich. Bro, ich weiß nicht was, was ich dir sagen. Deci ist das Mann der Mason-Mase, okay? Das ist das Job wir haben für euch. Wenn du nicht magst, dann komm aus, ich meine Christine. Wenn du auch noch gern bist, beinem, und auch noch nicht zu sein. In der Zeit nicht so, man. Ich bin dort. Ich bin ein Artist. Ich habe die Songs in mir. Hallo? Oh Gott, nicht Gracie. Ah, um Gottes Willen. Warum muss es ausgerechnet Gracie sein? Okay, dann auf zu Gracie's. Die Mission haben wir nämlich noch nicht gemacht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Tone, was ist es mit Luis? Ich meine, er wird versuchen, zu bangen mit einem Pussy, aber es ist Mr. Lippdick, wenn ich bin. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dein Charming-Turne-Frage oder dein demure, almost nun-like-Mannor. Was ist mit dem Lippdick? Sorry, Gracie, du bist mein Typ, so kann ich mich in Lippdick sein, in peace? Having a Pussy ist dein Typ, Lippdick. Tell me, was ist mit dir? Da ist nichts mit dir, wenn du wirklich lieblich mit dir bist. Please, fuck you! Hey, look, I stopped dealing with mobster-brats after Danny Lupicella tried to get a daddy to cut my balls off. Bring me an asshole, but that was it for me. I know where you're coming from. The shit I got into after my night of indiscretion with Roy Zito. Oh, trying to claim my spiked-ish drink. Roy Zee's a homo? Wer immer das ist. I never would've guessed it. Yeah, well, they don't wear a label on their head. Oh, look at this bitch behind the wheel. Tony, your extreme cleanliness is starting to rub off on the employees. Look, Gordian, Tony, what are we doing out of Grace's house? We're paying a visit. Shit, don't we got other problems right now? Come on. Now that you mentioned it, there is another issue. That fucking Nebish, the Celebinator. Oh, man, that Mädel is ja noch schlimmer als während der Entführung. That nice vlog don't love us. What happened? He's talking shit like it's going out of fashion. So what? He thinks he's the only guy with a mouth on the fucking internet? This is something we don't need right now. Oh, no one comes to our summer party in the Carraways. Chill out, bro. First of all, the summer's a long way off. And second, we shouldn't be having no party in the Carraways with our financial situation. This guy could sink us. Listen to him, Lou. The Celebinator is real influential. Relax, bro. Send them a basket. It'll be cool. It's fucking blackmail with these guys. He got left off a list somewhere. So it's our livelihoods at stake. Yo, all right. I'll check them out. What's his site? I'll send you a link. Will you drop us off and go through it now? But that means Louise won't be able to see the inside of my face. Oh, well, in that case, I'll definitely do it now. Shit, Lou. Another time. Oh, yeah, sure, babe. Some more time. Thanks, Louise. Call me when you've emailed that site. So, dann gehen wir mal in dein Internet-Café. Ja, bitte fahr sie um. Och, Mann. Warum kann ich nicht mehr irgendeiner umfahren? Ich darf das nicht machen, weil sonst ist die Mission gescheitert. Gut, dann fahren wir mal in irgendein Internet-Café. So, hier musst du auch eins sein, ne? Genau. Genau. Ich glaube, ich muss da später an meinen Grafikanstellungen mal ein bisschen rumspielen, weil die Grafik gefällt mir nicht. Aber das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. So, benutzen wir doch mal irgendeinen Random-Computer. So, und jetzt? Oh, Gott. Oh, Gott. Klicke auf Kommentar schreiben. Tony Queen und seine Striche-Prinzessin Luis Lopez sind mal wieder gut dabei. Oh, Gott. So, gut, haben wir uns doch echt wie Gentleman's darum gekümmert. Wow, das war jetzt in der ersten Mission. Na, egal. Gut, wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren mal wieder zu Mori, würde ich sagen. Äh, wir gucken erst mal Tony an, genau. Oh, Gott, ja. Ja, wo fahre ich eigentlich hin, verdammt? So, dann würde man sagen, wir suchen uns jetzt irgendein Taxi, weil ich hab irgendwie nicht mehr wirklich das Bedürfnis zu fahren. Ich komm einfach mit dieser Physik nicht klar. Ich meine, Realismus ist ja eine Sache, aber man kann es auch übertragen. Es ist ein Game. Wir spielen ja nicht Gran Turismo. Da spielt Realismus ein wichtiger Faktor, aber hier nicht. Just saying. So, und jetzt? Ah, komm her. Anhalten. Hören mal an. Aussteigen. Halt's Maul. So, gehen wir mal wieder zu Tony. Schauen wir mal, was es bei ihm mal wieder zu erledigen gibt. Ach, es ist ja in seiner Wohnung. Gut, schauen wir mal nach. Was gibt's hier zu gucken? Bang, bang, I shut you down. Bang, bang, you hit the ground. Ey, der Name gefällt mir schon mal, glaube ich, von der Mission. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich glaube, mir wird gleich kurz übel. Danke. Okay. Was ist dein Problem? Wo ist Tony? Wo ist Tony? Wo ist Tony? Was ist mit... Hi Evan! Ihr schaut gut. Hi Evan! Läge du dich? Hi Evan! Wenn ich nicht straight hätte, würde ich dich verraten. Evan! Wo ist Tony? Er ist hier. Wer ist Tony? Der Mann ist neurotic. Er ist wieder auf Drogen. Er sieht alt. Er hat sich nicht mehr Arbeit gemacht. P.S. Der Mann ist ein Wreck. Dann mit ihm mit ihm für den letzten Mal, aus all unserer Leben. Bitte! Wow! Somebody's got his sister's underwear on, by mistake. I view you. Evan, look. I always thought that even for a coke push and steroid junkie, you're a particular asshole. Okay? I'm just gonna admit that. Now, would you shut the fuck up before I shut you up? Now, where's Tony? Tch. He's in the bedroom. Pfff. Oh, wow. Hm. Ah! Ah! Hey, Tony! Get up! Ah, piss off! Come on, get up, man. Let's go. Yeah! Piss off! I wanna die. Okay, man. If that's how you want it. Come on. Oh! 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 Ooooou! Oh! Oh! Come on, you got it. Let's go. I'm good. Fucking Atero! Oh, wait, 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 wait. What? I forgot something. Forgot what? The explosives. Explosives? Explosives? Yo, what's wrong with you, man? You're in a nightclub, not a terror cell. Ow, Rocco's gone nuts. He's gonna burn the clubs down for insurance. He's gonna fucking kill us. Yeah, he's gone crazy, and you're running around with some bombs, okay? What kind of drugs do you want? I hope they're strong. I told him I'd take care of his union problems for him. It's the only way out. Either that, or they kill me. Yeah, I wish you'd talk to me about this first, man, okay? Broying shit up ain't exactly your side of the business, okay? It's not your forte. What do you care about the business? You got your fucking head in the clouds, huh? You think you're a big shot. You're a nothing, and soon you're gonna be a dead nothing. Yeah, no doubt, boss. Now where you're going? I think I got a guy digging up Frankfurt Avenue for Liberty Electric. Okay, what else? The transport workers guy is driving an out-of-service subway train through North Holland. I meant to take the whole thing out. A subway train? Jesus Christ, please tell me that's it. The head of the LTA is out of France International and his private jet. Hey, you'll probably blow yourself up, as soon as you walk out the door. You ain't doing this. I got to. It's the only way you can survive. Get out of my way. I'm sorry. As much as I'd like to right now, I'm not letting you kill yourself. Try and stop me. Danke. Shit, Tony. You're a real piece of fucking work. You know that? Meine Herren. Ist der kompliziert. So. Das erste Ziel ist ein Baustellenvorarbeiter. Er bedient den Kran in der Nähe. Gut, dann kümmern wir uns darum. Uh, schicker Buffalo. 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 Wenn du zu Fuß bist, kannst du die Haftbomben werfen, indem du rechte Maustaste zum Zielen hältst und mit links wirfst. Okay. Werden mit oder mit einem Schuss gezündet. Ah, okay. Lass mal einen anderen Radiosender. Wie wär's mit White City FM? Das haben wir doch schon immer gerne wieder gehört. Ah ja, White City, das war eine geile Zeit damals, den Let's Play. Oh, wie gerne würde ich das nochmal let's playen, allein nur weil es so richtig Spaß gemacht hat. Aber, aber... Es wird mehrere Handbomben auf das... Und am Ende des Kran. Okay, ich glaube, ich war ein bisschen zu nah dran. Ist nur so eine Vermutung. Scheiße. Ja, ich glaube, das versuchen wir einfach nochmal. So, machen wir das nochmal. So, dann... Das ist ja wirklich nicht weit weg. Oh. Da haben wir direkt mal einen Kofferraum geöffnet. Also, in Zukunft werden die Autos nur noch so ihren Kofferraum öffnen, indem man einfach gegen eine Laterne fährt. Und ich meine, wozu braucht man Knöpfe oder ein Schloss am Kofferraum? Habt ihr da Schwachsinn? Ja, das ist geil, wenn die Strahlen so nass sind. Da kann man so richtig geil driften mit dem Auto. Ah, ich glaube, das ist der falsche Kran. Verdammt, jetzt hätte ich fast den falschen Kran in die Luft gejagt. Gut, dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Und vielleicht sollten wir diesmal wirklich ein bisschen, ähm... So. Wir machen das jetzt einfach so. Dann mache ich das. Drücke unten, um die Haftbomben zu zünden. Ah, okay. Oh! Turmfeld! Ähm, stehe ich da nicht noch irgendwie in der Nähe? Das nächste Ziel ist in einem ausrangierenden U-Bahn-Wagen. Fang ihn beim Tunnelausgang ab. Hoppala. Gut, dann machen wir das mal. So, da müssen wir uns jetzt aber wirklich noch ein bisschen beeilen. Ich denke mal, U-Bahn-Wagen werden nicht, ähm... ... einfach so stehen bleiben, auch wenn sie ausrangiert sind. Vor allem bei dem scheiß Wetter hier im Moment. ... ...